hallo leute und herzlich willkommen bei einer weiteren folge wir sind bei folge 26 ja und ich habe ein bisschen früher angefangen als sonst also nicht direkt im level denn der redet hier der hat aber gesagt wie immer der zen garten ist echt schick was du kannst jederzeit vom hauptmenü aus benutzen ja aber jetzt genug davon du musst dein haus verteidigen ich muss dich aber warnen das nächste level wird dir nicht schmecken warum du bekommst es mit unmengen von band zu ich hasse diese vermalteiten ich hasse sie ich hasse sie von herzen und wie die pest reide witz gar da kommen die blöden männer schon das ist ein mini spiel das ist bestimmt richtig leicht aha habe ich nur schnapp oder was faul hier behalte ich erstmal die kirschbombe noch mal kirschbombe ja okay irgendwie gibt es nur schnapper oder vielleicht die ist ready von keine ahnung drei stunden vor drei stunden war immer noch ready altert der typ da wir sind jetzt fast alle ready so jetzt die erste riesige welle da kann ich mir schon vorstellen wie das sein wird oh läuft das wäre scheiße damit die da hinten wäre okay der eine wurde von dem teil da gekillt läuft das ist ja brutal alter aber ich glaube das ist leicht also das sieht bis jetzt leicht aus also so leicht nun auch nicht aber werden wir schon schaffen okay zu weit hinten würde ich nun auch nicht gehen denn wenn wir zu weit weg gehen werden die uns dann alles wegnehmen das ist mir schon klar so das vorletzte ding für die riesenwelle ein paar blumentöpfe sollte ich vielleicht auch behalten die werden dann alle hier verkürbist okay alle geschnappt pang so der eine tüter schnappt den schon und der auch so und dann habe ich jetzt knoblauch oder klar was es ist glaube das ist ja knoblauch leitet so ein bisschen andere reihen um hm läuft das ist glaube ich gut wenn man eine Reihe hat die nicht so gut ist dann werden die halt rechts oder links weg gehen keine ahnung ja ich gucke mal wie lange wir aufnehmen denn die viergefolge war ja über 20 minuten habe ich aufgenommen da muss keine ahnung 10 minuten weggecuttet werden werde ich es schaffen aber ist ja mein problem das könnten zwei folgen werden aber das wird einfach eine ich will mal gucken wie lange wir jetzt aufnehmen wenn es schon 10 minuten sind und ungefähr dann werde ich nicht mehr aufnehmen also bis gleich so das sind 8 minuten also nehme ich nochmal etwas auf wir sind bei immer noch bei der 26. Folge und wir sind bei keine ahnung welchem level oh katapult zombie das ist scheiße der ballert und jetzt ballert uns jetzt auch immer verballert so das, 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 das dann hole ich meinen Knoblauch oder warte erstmal das dann das ah dann den einfach und so gut dann noch das das passt schon passt schon passt schon so schnell richtig schnell machen 5, 6, oh ist also nicht mehr viel da wir haben schon viel gemacht das, das der erste kommt von dort vor der zweiter kommt weiß ich jetzt nicht noch nicht zwei wellen ja das passt schon wird kam vielleicht 16 minuten werden wir aufnehmen und da wird schon einiges weggeschnitten rausgeschnitten dass wir deutsch reden haben wir halt überall eins okay da kommt jetzt keine zwingung habe ich einfach mal da oben hingepackt das war jetzt nicht die schlimme idee die schlimmste idee so eine schlimme idee war es nun auch nicht hoffe ich mal da oben ist auch wieder so ein butterdingen noch eine sonne das stinkt das denkt wenn halt nach unten gelockt das der plan und scheiße habe ich nichts gemacht da wo ich das hingesetzt habe passen auch nicht das beste wenn jetzt nichts geklaut wird oder so sind wir eigentlich okay so da kann wieder so ein teil hin ich komme mehr so ein blumen hin da ist ja so ein umleit ding läuft glaube ich so richtig noch da oben sieht es nämlich nicht so gut aus so ein typ für ja deshalb schlimmsten stelle ja ich glaube wir sind bei der letzten welle jetzt ja eigentlich einigermaßen gut aufgebaut nein hier sieht es nicht so gut aus aber nur hier und da kommen die auch weil wir ja umgeleitet ja wir einfach nicht hinsehen ich will nicht verlieren das ist das wichtigste komm schon noch in der sonne brauche ich das ist nur noch der typ da oder ja geil und was ist das eine pflanze für eine pflanze schirmblatt schützt benachbarte pflanzen vor bungees und katapulten ja das ist sehr geil ich schätze mal damit da steht benachbarte schützt es dass es über ihm ist dass das also wenn es das das ding ist über ihm links rechts und unten von ihm und sich selber halt ja aber das war es dann leute mit dieser folge ich hoffe ich habe das gefahren aus dann tschüss tschüss wie 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 wie